Herzlich Willkommen hier bei Wheel of MMA zu dieser News-Ausgabe. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und eure Meinung zu den News unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Kommen wir zum größten Thema der letzten Tage und das ist die Entlassungswelle der UFC. Damit sind keine Mitarbeiter gemeint, sondern Kämpfer und Kämpferinnen. Joel Romero wurde entlassen, Rachel Ostovich wurde entlassen und Dana White will bis zu 75 Kämpfer entlassen. 60 sollen es noch bis Ende diesen Jahres werden. Wir haben jetzt den 8. Dezember, das heißt in den nächsten Wochen dürfte es richtig abgehen. Wir als MMA-Fans aus Deutschland stellen uns da natürlich die Frage, wird es auch die deutschen Kämpfer treffen? Ich persönlich glaube nicht. Ich denke, die Kämpfer, die aus Deutschland kommen oder eben die deutschsprachigen Kämpfer, haben relativ gut performt. Das heißt, ein Ottman Asaita oder auch ein Khalitaha oder, oder, oder haben wirklich gute Performances gezeigt. Auch ein Nasrath-Hagparast. Nasrath und Ottman werden ja auch jetzt im Januar kämpfen. Ich denke nicht, dass deutschsprachige Kämpfer von dieser Entlassungswelle betroffen sind. Kann natürlich sein, aber ich persönlich rechne jetzt nicht damit. Dann haben wir ebenfalls ein sehr spannendes Thema und da meine ich nicht nur Floyd Mayweather vs. Logan Paul, sondern auch die brodelnde Gerüchteküche, wenn es um Jake Paul geht, den Bruder von Logan Paul. Denn Jake Paul soll scheinbar Conor McGregor herausgefordert haben, soll auch im Gespräch mit Audi Atar sein, Paradigm Management, so heißt das Management von Conor McGregor. Die sind nun im Gespräch. Ich konnte mir nie wirklich vorstellen, dass ein Jake Paul vs. Conor McGregor auch nur im Ansatz realistisch klingt, bis ich dann gesehen habe, dass Floyd Mayweather gegen Logan Paul offiziell gemacht worden ist. Das heißt, ich selber halte nicht viel von diesen Gerüchten. Ich halte nicht viel von dieser Idee allgemein. Ich würde ungerne Jake Paul vs. Conor McGregor sehen wollen. Klar ist natürlich, so ehrlich muss ich sein, wenn es diesen Kampf gibt. Und so sehr ich mich darüber auch aufregen würde, anschauen würde ich es mir natürlich trotzdem, gar keine Frage. Aber was ist denn eure Meinung? Es gibt da so zwei gespaltene Lager. Der eine Teil sagt, hey, klar, uncool für den Boxsport an sich, zieht das Ganze ein bisschen ins Lächerliche, aber es wird trotzdem eine geile Show, es wird ein geiler Kampf, den man sich anschauen möchte. Der andere Teil sagt, nein, bitte, bitte, bitte nicht. Das wird weder spannend, das wird weder interessant, noch tut es dem Sport gut. Was denkt ihr denn darüber? Haut gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Ich bin wirklich gespannt. Und was denkt ihr, welche Kämpfer wird es treffen? Wird es auch Kämpfer aus Deutschland treffen oder deutschsprachige Kämpfer? Wird diese Entlassungswelle auch hier spürbar sein? Schreibt mal eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Beziehungsweise Spotify, keine Bewertung, da geht sowas nicht, sondern nur ein Follow. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.